Kommen wir zu unserem nächsten Gegner, das wäre dann der VfL Wolfsburg am Sonntag. Ich sage gleich dazu, ich habe mir das Spiel jetzt gegen die Bayern nicht anschauen können, natürlich aus Zeitgründen, das ist natürlich jetzt relativ eng getaktet gerade in dieser englischen Woche, da komme ich ja nicht dazu, den Gegner nochmal direkt über 90 Minuten anzuschauen, aber ein paar Spiele von Wolfsburg habe ich mir angeguckt. Bis zum Bayern-Spiel waren die Wolfsburger ja auch noch ungeschlagen, spielen einen guten Fußball, allerdings auch sehr ergebnisorientiert, muss man ehrlicherweise sagen. Also das heißt, dass der VfL Wolfsburg sich mal in den Rausch spielt, scheint fast schon ausgeschlossen unter Glasner. Also man ist da wirklich sehr darauf aus, den Laden hinten dicht zu halten. Wenn man führt, ist man eher darauf bedacht, diese Führung über die Zeit zu bringen, weniger darauf, sie auszubauen und das gelingt ihnen auch meistens ganz gut, den Wolfsburgern. Viel Wille, viel Ehrgeiz, gute Moral und so erzwingen sie dann gerne auch mal den Erfolg, selbst wenn es mal schlecht aussieht, sprich sie liegen hinten, sind sie immer in der Lage zurückzukommen, können Spiele drehen, haben das auch schon häufiger gemacht, haben einen super Mittelfeldblock mit Maximilian Arnold und Xaver Schlager, die wirklich die bestimmenden Mittelfeldspieler sind, jetzt nicht nur für die Wolfsburger, sondern meistens auch für die Gegenspieler, weil sie geben einfach den Ton an. Also es scheint mir fast schon so, dass du am besten beide aus dem Spiel nehmen musst, um gegen Wolfsburg Erfolg haben zu können. Also das sind für mich so die zwei Unterschiedsspieler schlechthin und dazu kommen natürlich dann auch noch ganz andere, also wir kommen nachher noch zu Weghorst und so, also das sind schon noch Kandidaten, die sie da dann um diese beiden Zentrumspieler positioniert haben, das ist echt gut. Viele Angriffe der Wolfsburger werden aus dem Sechser- bzw. Achterraum eingeleitet, das kennen wir so ein bisschen vom VfB und das ist auch vergleichbar, würde ich jetzt mal so sagen, also man sieht das dann ganz oft, dass über Arnold und Schlager die Seiten verlagert werden, das klappt auch richtig gut, da sind sie wirklich gefährlich, das ist schwer zu verteidigen. Dann siehst du aber auch, dass sie die Flügel gut mit einbeziehen, also gerade der rechte Flügel ist sehr, sehr stark besetzt. Gegen Frankfurt und gegen München haben dort Mbappu und Baku zusammengespielt, Baku etwas weiter nach vorne versetzt im Vergleich zu der Zeit in Mainz und es hat echt richtig gut funktioniert, also da kommt eine große Aufgabe auf uns, auf den VfB zu, kann ich schon mal sagen. Auch über die linke Seite wird immer wieder gefährlich nach vorne gespielt, also die Flügel sind gefährlich, das Zentrum ist gefährlich, es ist keine leichte Aufgabe und Wolfsburg spielt sich grundsätzlich auch viele Chancen raus. Wir können uns trotzdem an einem kleinen Strohhalm festhalten, denn sie nutzen ihre Chancen nicht so konsequent. Ich glaube, Wolfsburg hat ligaweit die drittschlechteste Chancenverwertung oder so, also vielleicht ist es auch die viertschlechteste Chancenverwertung, aber sie brauchen einfach zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Dadurch, dass sie aber in der Lage sind, viele Chancen zu kreieren, treffen sie dann trotzdem noch relativ häufig, sage ich jetzt mal so. Beziehungsweise, ja, dann kommt halt noch dazu, dass sie gut verteidigen können und dann reicht oftmals ein Treffer oder zwei. Ja, das sind so für mich die überraschend guten Wolfsburger. Also ich glaube, wenn das nicht Wolfsburg wäre, also sprich das Konstrukt VW, würde man diese Mannschaft viel mehr feiern. Also das ist halt einfach eine coole Mannschaft, muss man so sagen. Leider scheiß Verein. Also das ist das Problem dann. Ja, ich weiß nicht, hast du die Wolfsburger in diesem Jahr schon mal gesehen? Ich habe sie tatsächlich nur einmal über 90 Minuten gesehen. Das war dieses seltsame Spiel gegen Freiburg, glaube ich, was, ich weiß nicht mehr, wie es ausging, 1-1, 2-2, 2-1, was ja da aber irgendwie auch 5-5 ausgehen können, wo es wahnsinnig viele Chancen gab. Und ich, ja, wenn ich an Wolfsburg denke, dann muss ich in dieser Saison auch immer dann an Max aus dem Rasenfunk denken, der sagt, das kann gar nicht sein, der will die Spieler eigentlich gar nicht mehr sehen, weil immer wenn die 1-0 führen, dann gehen sie halt in den Verwaltungsmodus und sie könnten halt eigentlich, sich wirklich eigentlich in den Rausch spielen, machen es aber nicht. Und vielleicht kommen da dann dem VfB die jetzt gegen Union Berlin entdeckten Comebacker-Qualitäten zugute, wenn man mal gegen Wolfsburg dann zurückliegen sollte und Wolfsburg dann tatsächlich auch wieder in diesen Verwaltungsmodus umschwenkt, dass man dann das nutzen kann und nochmal zurück in die Partie kommt. Also insofern bin ich da relativ optimistisch, aber es kann natürlich auch sein, dass es in Wolfsburg auch gar nichts zu holen gibt. Wie gesagt, eine Mannschaft, du hast es erwähnt, die jetzt gegen die Bayern zum allerersten Mal überhaupt verloren hat. Platz 5, glaube ich, gerade belegt und gut eingespielt ist, gut eingestellt ist. Also das wird schon schwierig, aber ja. Muss man halt ran. Muss man ran, genau, hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Das, was der Max gesagt hat, das stimmt und ich kann es auch nicht ganz verstehen, weil du hast einfach die Qualität, auch ein gutes Umschauerspiel aufzuziehen und kannst es trotzdem noch hinten gut verteidigen. Also warum man da wirklich so konsequent fast den Spielbetrieb einstellt nach Führung, ich weiß es nicht, aber es ging ja bislang gut. Also bis auf das Spiel jetzt gegen Bayern hat man nichts verloren. Und ja, ich sag mal so, wer gewinnt, hat recht, heißt das immer so schön. Allerdings haben sie auch schon ein paar Mal unentschieden gespielt, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit zwei Aufstiegshelden, kann man das so sagen. Nein, vielleicht nicht. Aber ja, Rossi Prekalo ist Stammspieler bei Wolfsburg und auch Daniel Dienczek ist er schaulicherweise fit und wird dann und wann eingewechselt. Ja genau, das ist seine große Karriere, die er dann begonnen hat, nachdem er ja 2019 nach Wolfsburg gewechselt ist. Nee, 2018 ist er nach Wolfsburg gewechselt. Mit den Ambitionen, glaube ich, international eine Rolle zu spielen oder zumindest in der Bundesliga regelmäßig auflaufen zu dürfen von Beginn an. Und das hat er eigentlich auch in Wolfsburg nie geschafft. Natürlich hing das auch wieder mit einigen Verletzungen zusammen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, wenn er in Stuttgart geblieben wäre, hätten Dienczek und der VfB davon profitiert. Und der Korbmeier. Ach stimmt, ja. Kriegen wir dafür Geld? Nee, leider nicht. Dann sagst du in Stuttgart. Die piepen wir raus. Also, was kann der VfB machen? Er muss kompakt spielen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich da die Chancen vom VfB einschätzen soll. Also, ich habe echt Angst vor dem Spiel, muss ich sagen. Also, mehr als vor dem Dortmund-Spiel. Also, das wird eine eklige Nummer. Aber ich möchte mich jetzt hier nicht festlegen lassen und irgendwie ein Ergebnis tippen. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. Genau, aber die Chance, dass der VfB von Wolfsburg abgeschossen wird, haben wir gerade ja thematisiert, ist eigentlich relativ gering, weil die Wolfsburger nach dem 1-0 aufhören zu spielen. Also, das ist halt irgendwie... Im besten Fall ist das so. Du musst halt noch aufpassen, dass du Standards vermeidest, weil auch da sind sie ziemlich gut. Also, wenn es dann regelmäßig Eckbälle gibt, dann kann es auch sein, dass du so zum Debakel kommst. Irgendwie die meisten Gegentore nach Ecken in einem Spiel oder so. Nein, Spaß beiseite, brauchen wir nicht. Wolfsburg ist in der Lage, und das ist interessant jetzt für den VfB, Wolfsburg ist in der Lage, wirklich Pressingsituationen gut aufzulösen. Also, nicht wie zum Beispiel Dortmund. Wolfsburg macht das einfach gut, spielt da immer sehr ruhig, vergleichbar mit Union, aber vielleicht sogar noch einen Ticken abgezockter. Also, wirklich, wenn du siehst, wie Wolfsburg Pressingsituationen löst, das ist einfach großes Kino. Also, das ist richtig gut gemacht. Der VfB muss darauf aufpassen, dass in Pressingsituationen die Pressinglinien, die einzelnen Pressinglinien, zum einen nicht zu nah beieinander stehen, weil sonst kannst du natürlich mit einem langen Ball relativ viele Spieler überwinden und, ja, kommst du in eine Situation, dass du dann vielleicht gegen zwei oder drei Innenverteidiger mit zwei oder drei Wolfsburgern dann auf einmal eine Situation kreieren kannst. Auf der anderen Seite darf der Abstand zwischen den Pressinglinien auch nicht zu groß sein, ja, weil sonst spielen die Wolfsburger das halt zwischen den Linien aus. Also, das wird für mich die größte Aufgabe sein des VfB Stuttgart, hier seinen Pressing vernünftig durchzubringen. Und so wie ich Pettigrino Matarazzo kennengelernt habe, wird er sich da schon Gedanken gemacht haben und Ideen präsentieren. Das stimmt mich dann wieder zuversichtlich, dass ich dann vielleicht die nächste Facette des VfB Stuttgart, ja, bewundern darf. Die einzige Schwachstelle im Spielaufbau und wo man mit Pressing ansetzen kann, ist eigentlich der Kollege Brooks. Leider Gottes fehlte der zuletzt aufgrund von Rückenproblemen und ist auch für Sonntag noch fraglich. Aber ich habe die große Hoffnung, dass der fit wird und dann uns, ja, die Möglichkeit gibt, ab und zu mal einen Ball zu gewinnen und vielleicht dann in Sachen Chancenverwertung sehr konsequent zu sein und irgendwie am besten in Führung zu gehen. Ja, ich möchte Wolfsburg jetzt hier auch nicht größer machen, als sie sind, aber es ist halt ein extrem schwerer Gegner und du wirst große Probleme haben, Wolfsburg zu besiegen. Deswegen, ich wäre mit einem Punkt zufrieden, ja, und darauf hoffe ich jetzt auch so ein Stück weit. Gut, kommen wir zu den Spielern, auf die man achten sollte. Allen voran Maximilian Arnold, der aus meiner Sicht in den letzten Monaten nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat. Dass der kicken kann und echt ein guter Mittelfeldstratege ist, wissen, glaube ich, eh alle. Und man hat eigentlich auch immer das Gefühl gehabt, dass das jemand sein könnte, der irgendwann vielleicht nochmal einen Schritt geht hin zu Dortmund oder weiß ich nicht, vielleicht auch Leipzig oder sowas. Aber irgendwie hat er das nie so richtig geschafft, war so mein Eindruck. Und jetzt, ich sage mal, in der Corona-Zeit hat er wirklich nochmal den ganz entscheidenden Sprung gemacht. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass der vielleicht wirklich nochmal zu einem anderen Verein jetzt wechselt, um dann regelmäßig auch vielleicht in der Champions League zu spielen, weil das ist ein hervorragender Fußballer, der robuster geworden ist, viele wichtige Pässe spielt, starke Standards schlägt, auch immer wieder gute Abschlüsse aus der Distanz. Er spielt wirklich richtig geniale, lange Bälle auf die Flügel raus. Das ist wirklich großartig, wenn du das manchmal siehst, wie präzise, über was für eine Strecke er da die Dinger rausballert, möchte ich fast schon sagen. Ja, insgesamt kommt er auf vier Scorer-Punkte, zwei Tore, zwei Vorlagen, das ist natürlich noch ein bisschen ausbaufähig. Aber Maximilian Arnold in der Verfassung ist schon eine Wucht, absolut. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt noch zum Champions League-Aspiratenwechsel, der muss doch schon Ende 20 sein, aber der ist tatsächlich erst 26, weil gefühlt spielt er ja schon seit 14 Jahren Bundesliga und hat tatsächlich auch schon 232 Spiele gemacht, aber tatsächlich ist er noch nicht so alt, wie ich ihn jetzt machen wollte. Und der ist mir auch, als er noch wirklich jung war, im Auffall, durch seinen unfassbar guten Distanzschüsse eine Zeit lang. Aber wenn der den Ball 20 Meter vorm Tor bekommen hat, dann war das Ding eigentlich fast immer drin, weil er das so gut konnte. Und er scheint aber tatsächlich jetzt auch zu einem guten Allrounder geworden zu sein. Und ich kenne mich jetzt bei Wolfsburg nicht ganz genau aus, aber dass er wirklich so ganz, ganz unbestrittenen Stammplatz hat, das gab es ja auch nicht so häufig. Das scheint jetzt ja unter Glasner so zu sein. Ja, also ich glaube, er hat dann auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Und das kann dazu beigetragen haben, dass er vielleicht dann für uns jetzt so von außen betrachtet nicht immer der unumstrittene Stammspieler war. Aber ich glaube, wenn Arnold fit war, dann hat er gespielt. Egal, ob es unter Labbadia davor oder eben jetzt unter Glasner. Also du kannst fast nicht auf fitten Arnold verzichten. Natürlich hat er auch mal Formschwankungen drin, klar, keine Frage. Aber eigentlich ist das schon ein Spieler, der gesetzt ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Riedle Baku war in Mainz gesetzt und ist jetzt in Wolfsburg gesetzt. Der wechselte nämlich noch kurz vor Transferschluss. Haben wir ja noch erlebt in Mainz beim 4 zu 1. Genau, 4 zu 1 haben wir da gewonnen. Ich musste gerade überlegen, aber es war wirklich 4 zu 1. Und da hat er ja damit zu tun gehabt, dass seine Mannschaftskameraden nicht mehr allzu viel Bock hatten auf den Trainer. Und das hat man da, glaube ich, auch Riedle Baku angemerkt. Deswegen konnte er da nicht ganz so brillieren, möchte ich mal so sagen. Ja, er spielt jetzt in Wolfsburg so eine eher vorgelagerte Rolle, also nicht den klassischen Rechtsverteidiger so wie in Mainz. Das funktioniert auch richtig gut mit Mbappu, das habe ich ja vorhin schon ganz kurz hier aufgedröselt, würde ich mal sagen. Er fängt enorm viele Bälle ab, hat ein gutes Dribbling, hat auch schon zwei Tore geschossen für Wolfsburg. Und ist halt einfach ein gefährlicher, rechter Mittelfeldspieler. Aber auch da bin ich halt einfach mal gespannt, wie man mit diesen Dribblings und dem Tempo umgeht von Riedle Baku. Auch ein Spieler, auf den man achten sollte. Der letzte im Bunde, Sebastian, ist dann Josep Prekalo, den wir, wie gesagt, vom VfB kennen. Und der sich, ich würde sagen, stetig weiterentwickelt hat. Also er hat jetzt keine großen Sprünge gemacht, sondern das war eher so eine, ich sage mal, gesunde Lernkurve. Hat einen sehr guten Abschluss, das wissen wir natürlich noch, spätestens nach dem Spiel in Heidenheim. Das Traumtor schlechthin in der 2. Da träume ich nachts manchmal noch von. Ja, absolut zu Recht, das war einfach eine wunderbare Aktion. Auch seine Dribblings kennen wir hier aus Stuttgarter Zeiten, die sind jetzt noch ein bisschen effizienter geworden. Also auch da muss man gucken, wie man das dann verteidigt, ohne ständig zu foulen. Er spielt viele Steckpässe, davon sind dann auch viele Schlüsselpässe. Also er bereitet relativ viele Chancen vor, das ist einfach richtig gut. Und wenn er überhaupt noch ein Verbesserungspotenzial hat, dann ist das in Sachen Chancenverwertung. Dann lässt er einfach zu viel liegen, hat auch noch leichte Defizite gegen den Ball, vor allem in der Luft. Das bringt natürlich dann auch so ein bisschen seine Körperstatur mit und die Größe. Aber sonst ist Josep Prekalo einfach ein bombenstarker Achter, sag ich jetzt einfach mal, den ich gar nicht, also ich vermisse ihn sehr und ich hätte nichts dagegen, wenn er hier beim VfB mal irgendwann wieder auflaufen würde. Außer, ich glaube er hat ein paar merkwürdige politische Ansichten. Ja, ja, das stimmt. Das war irgendwie so, ja gut. Ich glaube es ging um die Eckfahnen mit Regenbogenflaggen. Genau, es waren die gesellschaftspolitischen Ansichten, die nicht passen, stimmt. Das war es, ich habe gerade überlegt, aber das war ja gar nicht der mit dem kroatischen Nationaltanz, beziehungsweise Nationalmusik, das war ja Manuel Neuer. Ja genau, der jetzt gerade zum Welttorhüter-Dingsbums gewählt wurde heute Abend. Guck mal, hervorragend. Ja, es gibt natürlich da noch weitere Spieler, wir haben es vorhin schon gesagt, Weghorst ist natürlich davon eine absolute Naturgewalt, Megaspieler, Lacroix, der schon ein paar Mal als Rookie of the Month nominiert wurde. Wen ich auch noch sehr interessant finde, ist Bartosz Bialek, der aus Polen nach Wolfsburg gewechselt ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau von welcher Mannschaft, deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz grob aus Polen. Aber das ist ein sehr interessanter Stürmer, der wird zur Zeit relativ regelmäßig eingewechselt und bringt eigentlich sofort Gefahr immer mit in die Partie. Das ist ja auch eine Qualität, dass du eingewechselt werden kannst und sofort da bist. Das ist definitiv so ein Spieler, also auf den müssen wir natürlich auch so ein bisschen achten. Und Maximilian Philipp ist jetzt so langsam auch in Wolfsburg angekommen, hat man das Gefühl, hat gegen Bayern dann mal ein Tor geschossen. Also auch den möchte ich ganz kurz erwähnt haben, Wolfsburg ist absolut ein Brett, also da bin ich gespannt, wie das für einen VfB ausgehen wird.